Nachdem auch mein Zimtkonsum gerade recht hoch ist, zeige ich euch warum. Das ist ein Gericht aus meinem Kochbuch, das ich etwa abgewandelt habe. Jedes Gericht lässt sich nämlich individuell anpassen, je nachdem ob ihr abnehmen oder zunehmen wollt. Für dieses Porridge brauchen wir nur Äpfel, Haferblocken, Milch, ihr könnt ja wirklich nehmen, welche ihr wollt, und Zimt. Das Ganze bringt ihr dann einmal kurz zum Kochen, dreht dann aber sofort wieder ab und lasst es dann ziehen, bis nur noch wenig Milch über ist, so wie ca. hier. Dazu kann man dann noch Apfelmus, achtet darauf, dass das ohne Zuckerzusatz ist, Kokoschips und dann ist unser gesundes Porridge auch schon fertig.